Oh ja, liebe Leute, wir kautzen in einem neuen Projekt mit einem Idioten. Begrüßt euch. Mach dich kaputt, Alter. Begrüßt den grünen Vollidioten zum Tänzen. Stimmt, wir können ja... Ich schweige, das ist so dumm, dieses Spiel. Luigi, ich habe Angst. Was gibt's für Probleme? Ach, wir können doch die Kamera umändern. Wie? Du kannst, glaube ich, aber ich kann es nicht. Ach, probieren wir auch. Ach, du tust es doch auch. Ah, jetzt geht's. Im Schloss ging's nicht. Ja, vielleicht geht's im Schloss nicht. Natürlich wird das ein sehr, sehr interessantes Projekt, weil wir spielen Super Mario 64 im Multiplayer-Modus und... Mit Neu... Das wird super fang. Mit modernster Technik haben wir es hinbekommen. Das ging sogar voll schnell. Wie lange haben wir gebraucht? Diesmal nur so 10, 20 Minuten sogar insgesamt. Jo, jo. Oh, bitter. So richtig schön daneben geklebt. Wir holen mal alle Sterne, oder nicht? Wir holen... Wir holen nicht alle Sterne. Das schafft man gar nicht. Wir müssen den doch erst ansprechen. Können wir den schon... Ich glaube, das geht in dieser Mission noch nicht. Du hast mich beim Pissen. Was ist das? Oh, ich bin nochmal in die Luft, ne? Oh, nö. Hey. Du Elend. Ich bin Mario, er ist Luigi, ist glaube ich klar. Wir haben dieselbe Lebensleiste. Wir hatten das damals auch schon mal aufgenommen auf meinem alten Kanal. Oh, oh. Das ist schon sehr, sehr lange her. Hast du Latenz oder... Nee, oder? Hast du Latenz oder... Nee. Nee. Gar nicht. 15. Du hast die aufgesammelt für mich. Komm. Fülle unser Leben. Denkst du, wir schaffen den ersten Boss? Wird schwer. Alter, wie hofft denn noch? So oft bist du tot ist. Oh, schlecht. Was denn schlecht? Ich bin nur voll gut. Ich lenke ihn ab. Guck mal. Ich sitze ihn auf dich. Ich hole die Münze. Nein, nicht schon wieder hier unten. Auch diese Stelle. Weißt du noch? Ja, ich weiß. Ich muss gerade leider mal zu mir schauen. Oh, nein. Ich hatte es geschafft. Gut, okay. Wieder das Übliche. So wie beim letzten Mal. Nein, komm. Nein. Ich glaube, ich muss dem Projekt nichts mehr sagen, oder? Ja, ich würde sagen... Easy GG, ne? Oh. Nein. Tschüss, Luigi. Luigi. Mario hat Angst, hier oben. Luigi, mir geht es dir da unten? Luigi. Bei mir passt alles. Noch. Ich schüttel Wenders nur den Kopf. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Skilly. Wir werden natürlich keine 100% machen, weil das so gut wie unmöglich ist bei dem Projekt. Ja, klar machen wir das. Man wird sehen, warum. Da gibt es ein paar Sachen, bei denen es klar ist, warum man es nicht schafft. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehe nichts. Du auch? Gut. Schön. Das war knapp. Oh, oh, alter. Alter, man. Das ist sowas von knapp. Das könnte interessant werden. Ja. Wer zum blöden Österreicher gehen will, da gibt es auch einen Kanal zum Österreicher. Ich bin so skillig. Und hier machen wir natürlich die Özy-Polen-Technik. Nicht die Abkürzung benutzen, denn wir sind Skiller. Alter, ich habe es. Nein! Oh! Was musst du doch hier schaffen? Ich weiß nicht. Ja, genau. Alter. So, vielleicht geht es so. Ich schaffe es schon. Siehst du irgendwas, oder? Besser? Ja? Ich schaffe es schon. Ich glaube, die Wand ist zu schräg. Dafür kann das sein. Oh! Die Wand ist zu schräg. Du schaffst es auf der einen Wand. Keinen Wandsprung. Ja, komm, rund. Ich gehe nicht. Ja, doch. Ja gut, nochmal hoch. Nochmal, ja. Diesmal wird abkürzt. Wir sind aber besser. Wir haben bessere Koordination als letztes Mal. Wie kommst du drauf? Keine Ahnung. In der Zwischenzeit haben wir auch bessere Technik. Ach, gehst du da rein? Okay. Warte. Wir schaffen es uns eh nicht. Ja, Ben, da muss man... Bitte, du musst nicht chill noch ein bisschen da unten. Ja, ich brauch dich nicht beim Kommen. Du machst es schon. Ja, gut. Ich hasse das. Genau, einer muss eigentlich nur ablenken. Der andere kann, wenn das ein... Ey, der will ja eh auf mich nur zu... Komm, schmiss mich ab. Runterwerfen. Ja. Oh, jawoll, Mann. Und du nimmst trotzdem Schaden. Hey, weißt du, zu zweit ist man voll OP gegen den. Ja, weil er will sowieso hinter mir her. Hier, komm, mach. Hä? Ja, ja, das ist ein bisschen blöd bei dem. Wir beide sind jetzt nicht gerade die Super Mario 64-Skiller. Heißt, wir... Hä? Er will dich auch nicht machen. Ganz, ganz langsam. Du sollst dich so, wenn du hinter ihm bist, ganz, ganz langsam. Genau. Komm, schmeiß ihn auf mich. Hier, friss. Oh. Oh. 1 Meter daneben. Der Typ weiß auf jeden Fall, wie es funktioniert. Der weiß, dass er immer nur auf Mario gehen muss. Komm, ich will ihn fast. Nein. Aber nur fast, weißt du. Okay, fast. Ihr seid zu gut. Ihr seid die übelsten Skiller. Ich krieg den Stern. Ich krieg den Stern. Nein. Du bist das Projekt einfach. Alter, wir haben nur einen Stern, Mann. Ja, das ist schon... ...ja, viel. Hab ich gehört. Das ist unser Skill. Das ist unser Skill, ja. Oh Gott, das Rennen. Mal schauen, wer es von uns schafft. Wenn einer runter geht, muss der andere weiter. Nee, noch nicht. Komm, wir müssen zuerst reden. Nein, nein, nein. Aha. Mhm. Geht gar nicht, ne? Mhm. Aber du weißt, wie es mit der Kanone läuft. Da gibt's keinen Bug. Nein, nein, nein. Jetzt wollen wir... Ich glaub, nur du kannst mit denen reden, oder? Vielleicht. Du kannst einfach, wenn es so fortschieben. Ich konnte mich jetzt gerade eben nicht... Denkst du, wir schaffen es? Vorsicht hier. Alter. Wir haben nie beide geschafft. Ja, stimmt. Oh, fuck. Alter, nicht mehr treffen lassen, sonst sind wir tot. Was? Nein. Doch. Das zieht drei Leben ab so ne Kugel. Okay, dann geh ich hier mit Vollgas vorbei. Voll ne Münze, oder? Da war es auch... Ist doch ne Münze auf dem Weg gewesen, du. Alter, was war auch der Typ da? Dieser scheiß Kuba. Ich seh nix. Nein. Wir überleben's. Ein Leben, ein Leben, ein Leben. Er wird cheaten. Nein, dürfen wir nicht. Dürfen nicht. Aber wir dürfen hier, glaub ich, cheaten. Nein. Wenn man cheatet, dann sagt er das unfair und dann... Ja, vielleicht beim ersten Mal noch nicht. Du nimmst... Nein. Okay, du musst... Jetzt gehen wir in die Abkürzung. Ich glaub nicht, dass wir das schaffen, oder? Wir gehen in die Abkürzung. Ich auch nicht hoch. Ich seh nix. Lauf hinter... Ja, Mann. Ich seh nix. Wir gehen sterben, verrecke. Ist mir egal. Da bin ich. Nein. Nein. Ich bin tot. In den ersten acht Minuten schon das beste Material. Ey, ich kann dich theoretisch fast direkt fragen, willst du davon best aufwachen? Das könnte ich theoretisch machen, ja? Warte, warte, lass mich vorgehen. Ja, du kannst jetzt gleich vorgehen. Ja, aber du hättest länger warten. Ist mir scheißegal, Alter. Das ist echt voll der Beschiss. Alter! Es geht auf höchstem Maße. Der eine fällt nach dem anderen. Ja, genau. Klar. Der Ketten und ist weg. Ja, der hat uns keinen Bock mehr. Was? Noch nicht wieder auf mich. Nein. Stimmt, man kann auch hier lang gehen. Ja, aber das Problem ist, wie willst du da hoch? Ich geh mit dem mit. Nein. Ich glaub, wir haben ein Problem. Nein, denn wir schaffen das. Nein. Wir schaffen das instant. Simson. Was? Ich gab... Wo? What? Okay, jetzt aber. Jetzt aber. Schnell. Stell, Mann. Wir haben ein Kombi... Alter, beim nächsten Treffer sind wir tot. Okay. Ja, easy, ne? Wer ist es schon? Beide. Ich eigentlich. Beide. Du hast so gesehen, du lachst auch auf dem Boden. Was meinst du, wie oft werden wir Game Over gehen? Mindestens 50 Mal. Warte, warte kurz. Ich will was probieren. Ich geh schon mal voraus. Nein. Nein, ich wollt da hoch. Warte, ist mir scheißegal. Gut. Ja, los geht's. Das gibt's ja nicht, dass wir dieses scheiß Race nicht schafft. Aber ich will jetzt nicht mehr zu weit vor, weil sonst falle ich da wieder runter. Ja. Aber ich komme nicht hinterher. Aber das Geile ist, wenn du noch nicht da bist, dann ist der Kett nur noch nicht generiert worden. Oh. Ja, ich bin nur einem vorbeigekommen. Easy. Ich habe Angst. Ist mir egal. Er soll weg. Der Typ schubbt mich. Und dann springt er Hauptsache runter. Warum ist er da überhaupt hochgegangen zur Brücke? Keine Ahnung. Ist es voller sozial eigentlich? Ja, siehst du. Ich sehe mich halt auch nicht. Ja, dann musst du dort schon an der Ecke gehen. Gut. Nächste. Nein! Der Typ ist voll weit vorne. Nein, ist er nicht. Es leckt noch manchmal teilweise nur. Oh, das passt schon. Boah, ich bin fast runtergesprungen. Er macht mal ein paar mal öfter seinen Jump. Oder wir chillen und... Jetzt alle an derselben Stelle. Du kommst nicht an ihm vorbei. Geh weg! Ja, wir schaffen es. Easy. Wir sind vor ihm. Jetzt aber. Easy. Heute da ist schon hoch. Easy. Ja, wir haben es geschafft. Eigentlich könnte theoretisch einer zur Ziellinie hochgehen. Du wirst... Wie das aus? Was? Ich muss runter. Jetzt ist es witzig, macht er das. Okay. Ich kann nicht mit dem reden, nur du. Naja, bla bla bla. Wir waren einfach viel zu schnell. Ja, theoretisch könnte ich schon hoch und du... Müsstest ihn dann anreden. Was? Was für ein Scheiß, Alter. Nächste. Was ist das Nächste? Ich glaube, wir sagen nicht zum LP. Nein, nicht. Nein, Kanone. Echt? Dann machen wir da was anderes, oder? Ne, ne. Das machen wir jetzt. Wir schaffen das. Das ist das da oben? Da an der Insel? Oder wie? Ich glaube. Ich versuch's einfach mal. Ich auch. Ruhig bleiben. Ach, das war das? Ja, ja. Wir sehen nicht mal die Kanone. Ach stimmt, man sieht gar nicht mal die Kanone, ne? Ach du heilige. Ne, man hatte sie doch sonst. Oh shit. Ja genau. Ach wir machen dir den Stern einfach. Ja stimmt, wir könnten eine Kette und machen. Ich könnte ihn einfach ablenken und du kommst einfach her. Ja. Wir machen das mit skilligem Teamwork. Ich stell mich an die Wand. Luigi, du musst helfen. Ich schaff das nicht, Alter. Ey. Passt schon. Komm, mach kaputt. Du kannst dich wendessen schon bewegen, ne? Guck. Du kannst schon zusch... Ah! Hä? Der Stern ist da drüben? Was? Wir könnten noch die 8 roten Münzen sammeln. Hast du Bock drauf? Okay, gut. Die 8 roten Münzen und die 100 gelben können wir auch sammeln. Also, was gibt's hier noch? Ist mir scheißegal, Alter. Sammeln jetzt die 8 roten Münzen. Also eine, zwei, drei. Hab ich schon gesichtet. Ja, ich glaub hier unten ist vielleicht noch eine. Es scheint ja auch eine irgendwo. Da ist Le Kettenhoof. Scheiße. Ach. Ja. Geht doch eh nicht. Stimmt. Ne, ich hab's vergessen. Ich weiß. Musst du einem Pool nicht sagen. Oh. Was war denn das von mir? Äh, wow. Ja, das war gewollt. Auf jeden Fall war das gewollt. Was sonst? Ja man, eins. Da drüben ist noch eins. Stimmt, die war ja auch so. Wir müssen doch noch auf die Insel dort oben. Oh, scheiße. Glaub ich. Echt? Ich glaub. Ich glaub. Ich glaub schon. Oh man. Nein. Oder? Man sieht's ja gleich oder so. Da, man sieht ja nichts mit der Kanone. Nein. Okay, doch nicht. Easy. Wenn du das jetzt heben bekommst. Ja, ich hab's denn bekommen. Siehst du? Easy. Probier auch mal. Ich häng mal einfach. Guck mal. Siehst du, dass die hinterkommen? Fuck. Ich kann nur nis umgedrehen. Also, dass er nicht nach oben drückt. Hier geht's nur nach unten. Hä? Ich hab keinen Fallstand genommen. Wurde ich von ganz irgendwo. Untergesprungen. Hä? Hex. Ja, Minecraft Hex, ne? Von 9000. Was? Was? So, das schaff ich's. Oh. 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 Oh, nice. Easy. Yeah. Und wo genau ist dieser Stern? Äh. Egal. Ich glaub, der war da oben. Ey, wir wollen doch grad... Wenn nicht, dann können wir einfach noch... Ich muss jetzt sowieso den Weg aussuchen. Super. Du kannst dir Zeit nicht. Oh, oh, oh. Oh Mann. Das wird auf jeden Fall ein sehr interessantes LP. Wir werden versuchen, bis zum Endsposer zu kommen. Wir werden versuchen, so viele Sterne wie es geht zu machen. Aber das wird eigentlich unmöglich bei dem LP. Weil das Spiel das eigentlich nicht zulässt. Weil wir wissen, dass das Spiel bisschen assi ist. Wenn man's zusammenspielt, ne? Ich will dieses Schild lesen. Ah, okay. Hier. Tauchten. Da guck der Stern auf. Hm. Au. Genau von ner Wasserblase. Was ist das? Wenn ich den... Hätte ich reingekickt. Easy, ne? Da drüben ist was. Ich hab was im Hals. Hei hei hei. Fuck. Ähm. Was? Easy. Ich hau der Kettner und ist weg, weil du zu weit weg bist. Dann komm hinterher. Ich schaff's so, glaub ich, vielleicht einen roten... Nee, doch nicht. Da unten war doch noch eine. Stimmt. Ich hoffe, das ist dann der vorletzte oder irgendwas. Ja, vorletzte. Easy. Leben. Ja, vorletzte. Dann haben wir noch den einen dort drüben. Du weißt, dass das scheiße war beim letzten Mal. Was denn? Genau diese rote Münze, die da ist. Oh Gott, nein, nicht die, oder? Oh Gott. Wir gehen, glaub ich, lieber den normalen Weg und... Ich hab's nicht. Au. Ich lauf so easy chillig rüber. Alter, wie viele Kanonen kommen da noch runter? Hä, ja? Hä, ist das grad ein Bug oder so? Was ist da los? Nein! Was machst du? Jetzt seh ich nichts. Boah! Ja genau, danke! Ja Junge, was? Das war nicht meine Schuld. Doch, was? Ja, wir müssen die Münzen nochmal holen. Ja, das müssen wir alles. Deswegen möchte ich sowas eigentlich nicht machen, weil das so dumm ist. Ich mach's easy. Oh fuck. Hä? So. Und dann guck ich, ob da oben noch was ist, wenn ich da hoch... mir hochding... Wenn einer nochmal hochkommt. Ich schaff's doch easy. Also wie vorhin. Hast du mir ungefähr gemerkt? Das war, glaub ich, vielleicht sogar zu viel. Nö. Easy. Einfach easy. Easy getrackt. Was ist da in dieser Box? Ich glaub, da ist nur ein Leben. Alter. Oh! Hier ist das Stern. Hm. Soll ich jetzt runterspringen? Ah, ich wollte den Stern haben! Hier, flieg weg! Jawoll, Mann! Das wär zu geil gewesen, wenn ich den Stern erwischt hätte. Das wär so perfekt gewesen. Okay. Ey, wir bekommen sogar recht viele Sterne hin. So ist es dich. Ja, wir sind auch immer... Das sind auch die besten Spiele. Erst Level. Das sind auch die besten Spiele, die es gibt. Din 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 Din! Dann geh ich schon rüber zur Kanone. Also wie immer, ich bin der Kanon-Meister. Ja, man sieht's, ich komm nicht mal in die Kanone rein. Ja, wie oft denn noch?! Wo oft willst du dich noch von diesen Goombas belegen lassen? Du weißt natürlich, wo du bist. Oh! Ja, easy es. Oh, alles knapp. So wie immer halt, easy. Alter, ich sehe dich hier gar nicht. Ja, dann ändere die Kamera so, wie du es brauchst. Du bist an der blöden Stelle, weil du unter der Insel bist. Danke. So, endlich. Ich hole schnell die beim Ketten und lenke sie wieder ab. Ey, guck mal, Motherfucker. Ja, ich bin hier. Was macht der Bub um? Alter, der ist plötzlich schnell geworden. Du denkst dich einfach so, nö, Mario, ich töte dich. Yeah. Easy. Ihr schafft das schon. Weißt du, wir haben das so oft damals gemacht im ersten LP, dass wir das schon können. Sofort. Und muss wieder eine. Oh, oh. Und weißt du, was wir gleich machen? Wir machen einen unverschämten Schnitt hier einfach rein, weil wir ihr gleich weiter aufnehmen. Oh. Sag ich doch mal Feedback, dass ihr dabei seid? Werden wir es schaffen, die letzte Münze zu holen. Das und vieles mehr seht ihr das nächste Mal. Ciao.